Ok. Ich glaube, hier sind wir richtig, he? Okay. Ich drücke jetzt die Entschlussungskots aus. Sie haben es geschafft, Blaskowitch. Und jetzt mach, dass du auf die Erde zurückkommst, William. Oh, Mann. Klaus ist in London. Er wird dich nach Venice und bringt mir den Abflug. Seht ihr nächstes Schluss? Okay, da rein. Komm weg. Oh nein, jetzt habe ich meinen riesen Wämser da gelassen. Ich habe diese Knarre echt gemacht. Okay, die hat schon wieder Tagebuch hinterlassen. Ich sollte weiter kämpfen. Aber gegen wen nur? Hier gehören jetzt alle zum Regime. Oder sie tun wenigstens so. Ich vermag es nicht mehr zu unterscheiden. Okay. Oh lala. Oh lala. Oh lala. Oh lala. Sicherheit ist Schluss für die Affen. Nur weil ich jetzt kurz geklaut habe oder was? Jetzt macht ihr so ein Affentheater. Oh. Alter. Direkt hier oben, Alter, wo pure Action jetzt oder was? Oder zwei Messer. Sicher. 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 Das. Damit du ja auch kein Affen machst hier oben. Wo muss ich das auch hin? Aus. Dings. Links. Mal. Wenn ja direkt wieder aufladen. Dings. Sicherheitsbeschluss. Wie zwei. Das war jetzt einfach. Aber das wird sich gleich wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich ändern. wo geht er jetzt hin wie kann ich jetzt da dass er mich nicht da bist du was scheiße ausgerechnet zielt er mit diesem scheiß oh oh Ja, ich weiß, es ist das. Moment. Hier war doch was. Ich habe mich voll vergessen, ich habe gerade nicht daran gedacht. Danke. Der nervt, der schießt von der Um die ganze Zeit, ey, das ist doch langweilig, Hauptsache er geht nicht drauf. Oh, ja. Ja, auf jeden Fall auflagen, habe ich eine gute Leer, also ich knarre die drunter, echt gute Dienste. Oh, erschreckt mich doch nicht so, ey. Ich war einfach, ich war die mega Gänsehaut hier. So, ihr wundert euch jetzt. Also, ich sitze schon seit, äh, der ganzen Tag eigentlich schon hier dran, um, äh, Wulfenstein durchzukriegen, jetzt, ja. Da ich ja noch zwei, drei andere Projekte am Laufen habe, oder so sagen sie, was wir vorhaben. Ich hab versucht, er mit Holi jetzt ein Netzplay, also mit Dead Space zu machen, äh, Dead Space nicht. Da sind so ein Multiplayer und dann irgend so eine Kacke da. Und Alpha, hier ist Alpha. Der hätte nicht mal abgemurkst. So, jetzt aber. Also, nur Kopf zertrümmern. So, jetzt wollen wir mal gucken, was hier... War schon, Entschuldigung. Ach, scheiße, war, wollte ich doch gar nicht nehmen. So, komm mal hoch hier. Sicherheitsverstoß, du Alpha. So, jetzt haben wir nochmal hier schnell die Kanone auf. Ja, ich hab mich heute Morgen um 8 Uhr dran gesetzt. Ich hab, bin gestern ziemlich früh ins Bett gegangen, so um, äh, achte. Und, äh, hab dann gestern Abend aber schon mit dem Gedanken gespielt, äh, Metro. Ach, Quatsch. Äh, oh. Hört ihr denn mal auf zu quatschen? Oh, hört ihr denn mal auf zu quatschen? Quik, quik. Quik, quik. Komm her, du Terrorist. Komm her, du Terrorist. Oh, ich... Ich will die Welt vor euch. Assis retten. Ihr scheiß Nazi-Pack, ey. Das letzte Dreckszeug, was auf der Erde rumlaufen darf, ey. Dummes Volk ist das, ey. Nur Scheiß im Kopf, Leute fettig machen und und und. Das Respekt... Respektloseste Volk ever. Wie konnte sich sowas nur so weit entwickeln? Finde ich absolut... Ach. Goldene Flasche. Quik, quik. Ha, ha, ha. Quik, quik. Ha, ha. Ja, da drauf wird, äh, Mondcafé immer auf der Siegerseite. Mondcafé. Reisenaktivität, Abenteuer. Werden Sie Mondsodat. Verpflichten Sie sich jetzt. Quik, quik. Ha, ha. Die, 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 die. Da muss ich irgendwas drücken. Aber ich will erstmal die Knarren wieder aufladen. Und dann rennen wir mal eben schnell hier hoch. Aber vielleicht schon bis so schnell, du bist so tierisch, ey. So, wo war denn hier? Da. So, ich weiß nicht, habe ich die aufgeladen gehabt. Alles klar. Können wir starten. Nehmen wir uns jetzt mal so einen komischen Shuttle da. Achtung, was? Sicherheitsverstoß. Okay. Wie, wie, wie. Wo ist hier weg? Das sinkt, das sinkt. So, okay. Wo geht das jetzt hin? Oh, guck, ey, geil. Oh, da geht man ruf. Oh, geil. Geil. Oh, da geht man ruf. Oh, geil. Oh, geil. Wir sprechen jetzt. Kann man da nicht. Ja. Sehr witzig. Jetzt hänge ich hier hinten fest. Ja. Äh. Äh. Der funktioniert nicht. Was mache ich denn jetzt? Ich hänge hier fest. Och, Mann, sag mir doch das hier, ey. Alles klar. Notausgang. Müssen wir jetzt doch erst laufen. Oh. Das haben sie ja geschickt gemacht, ey. Was kann ich leben? Ok. Aavall? Oh, das ist ja zergl 합 Funny. Bleskowitsch ist ein guter Mondsoldat wenn es nach Bleskow ginge würde es nur noch Bleskows geben war natürlich ein Witze aber es muss mir aber was einfallen aaaahhhhhh boah die Musik ey die Musik ist so geil boah heftig was die sich mit dem Spiel am Einfall Danga ja damit hast du nicht gerett ne klassischer Kurbschuss nie geht wir machen ganz schön krach hier oben wasse wo los Norbert ach da hinten bisse du bist wie ein süßen ey du bist wie ein süßen bisschen richtig goldig ey warte mal und zum aufladen wir da hier runter in den Keller sind ja mal da oben so ne ja danke dir okay es sei mir nicht gegönnt da durchzulaufen ich muss ja und was das ganze noch mehr ich bin ja vorher schon mal gewesen hier könnte ich doch irgendwo aufladen äh ne das freu ich brauche eigentlich äh ja gut das war gut das war gut hier war genau da kann man auch hier sind wir ja rein spaziert hier spazieren wir auch wieder raus Moment Moment Jo du brauchst gar nichts mehr stört damit hier beim looten das ist ein kasperl wir haben sich beim wickel zu falsch gewohnt da steht mal wieder auf hier danke das ging aber schnell das war knapp einer ich habe an der ecke die jetzt vorbei aber ein bisschen opfer muss ja muss ja auch uns sehr langweilig ich habe schon genug opfer gegeben alles klar aber direkt mal wieder auf hier voll der können wir ein paar mal mehr schießen und da macht was handgaren bucht seit beginn der arbeiten an der mondbasis hat es überraschend wenig unfälle gegeben bei einem letztjährigen transport der absturz in der starben 14 menschen wodurch die zahl der toten auf insgesamt 69 anstieg verglichen mit den tausenden von toten bei bau der gibraltar brücke ist diese zahl nahezu verschwindet gering was ist das ein komisches deutsch und da sind wir